Mit meiner Verletzung, wo ich dann mit Magnetfeld und Magnetfeldtherapie zusammengekommen bin und da hat sich eine langjährige Partnerschaft mit der Firma MAS entwickelt und die haben jetzt ein neues Produkt rausgebracht, das e-Pad und das e-Pad wird jetzt von der Firma RUT mitvertrieben und ich glaube, das wird eine Erfolgsgeschichte, weil ich habe mich gerade unterhalten, wie das Ganze abläuft, echt sensationell, muss ich gratulieren und ich glaube, oder ich bin sicher, unser Produkt ist sensationell, weil das, was mir widerfahren ist mit Verletzungen und was mir im Magnetfeld geholfen hat, da ist eine Erfolgsgeschichte vorprogrammiert. In welchem Zusammenhang stehen Sie jetzt mit der Firma RUT als Werbeträger? Nein, ich stehe im Zusammenhang mit der Firma MAS, die das e-Pad produzieren, da bin ich Werbeträger und die Firma MAS und die Firma RUT haben jetzt eben die Zusammenarbeit beschlossen und das Produkt wird eben von der Firma RUT vertrieben. Vielen Dank.